hallo liebe freunde des kanals ich bin callcenter crusher und habe heute mal ein video komplett außer der reihe für euch die folgende seite habe ich in diesem internet gefunden und mich gefragt wer auf die idee kommt sich namen mit dem google translator übersetzen zu lassen ihr wisst ja was für webseiten ich sonst zu finde zu dieser webseite habe ich bis jetzt nur wenige fakten da die mich noch nicht angerufen haben die seite wurde erst am 9 märz 2024 erstellt so erfahren können die also nicht sein kommen wir zu den kuriositäten man hat also auf der seite bilder der mitarbeiter mit namen angezeigt lustig wird es wenn die namen der mitarbeiter sich ändern je nachdem in welcher sprache man die seite aufruft schauen wir uns doch diese seite einmal an am unteren rand seht ihr einige crypto exchanger aber scheinbar kennen die nicht so viele lassen nur call base und beinen aufgeführt dass die block chain ja eigentlich kein crypto exchanger ist erklärt sich doch von selbst und jetzt sehen wir die seite und zum standard stehen stehen wir hier auf niederländisch eingestellt nun scrollen wir ein bisschen runter bis wir auf die mitarbeiter kommen und da achten wir mal auf die namen da steht ein alexander niederländisch smith ein hamilton mehr klein geschrieben seltsam ein courtney was ja eigentlich ein frauenname ist und da ist ein mann abgebildet und cody fisser zum beispiel der ja hier auch fisser heißt ja fischer naja gut schauen wir mal weiter also das ist schon alles sehr seltsam wechseln wir mal auf englisch da wird ein auf einem smith wird smith aus mehr wird wieder mal courtney und cody fischer ist nun cody fischer wechseln wir mal auf deutsch da ist der alexander wieder smith hamilton ist mehr nicolette schröder was ein frauenname ist passt ja auch nicht und der cody fischer bleibt auch bei cody fischer seltsam dann wechseln wir mal auf italienisch wieder komische namen aus courtney henry ist plötzlich da aufgetaucht und cody fischer bleibt bei cody fischer dann gehen wir mal auf portugiesisch da ist wieder eine courtney enrique oder ein cody fischer oder bessie cooper was ja auch ein frauenname ist zum schluss gehen wir doch mal auf spanisch man sieht wieder mal eine courtney eine frauenname und cody pescador pescador ist spanisch und heißt fischer das ist schon alles ein sehr seltsames gekrame naja gut was soll wir da anders machen es ist halt so die sind halt nicht so in der lage gute webseiten zu generieren